Hallo und Herzlich Willkommen zu weiter Warcraft Legion. Wir werden heute eine Quest machen, die wir hier in Dalaran haben. Dann wollen wir noch mal gucken, wo uns die Reise hinführt. In...weil die...oh ja, physikalisch nicht, wo das ist. Wir werden jetzt mal gucken. Wir werden auf jeden Fall diese Quest annehmen. Wir müssen jetzt mal gucken, wo die Quest überhaupt ist. Ist das der hier? Mäh. Wir gucken jetzt mal. Ah, hier. Sturmheim ist der. Ah! Und die hören wir dann auch mal. Gut. Unsere Reise geht nach Sturmheim. Wollen wir mal gucken da. Kann ich behältig sein. Bis bald. So. Ein Flug wird jetzt eine Weile dauern. So. Auch schon gelandet. Ja. Dann wollen wir noch mal gucken, was uns der Westgeber so gibt hier. Ja. 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 Ich glaube, die Seehexe wird ungeduldig und will ihren Feldzug auf den verheerten Inseln starten. Wer will was trinken? Ja. 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 Das ist alles so gut aus. auf ein rasches Wiedersehen so mal gucken ah shit aah scheiße knallt er noch auf aah sollte nicht passieren gerade mutter helia hat die seelen dieser vallajar genommen unmöglich erschlackt ihre mystiker und kehrt dann zurück vier stück brauchen wir davon 1,2 und 4 Armer ok ein paar brauchen wir noch 2,3 2,4 登録 3 3 4 2 3 4 2 1 Wir nehmen sie nicht. Momentan ist hier gerade keiner. Ah, wir werden ihn schon erfinden. Haben wir ihn? So, da haben wir alle. 4 von 4. Jetzt untersuchen wir nur noch den Ort da. Oder 2 von 4. Keine Ahnung, wovon wir sind. Wir nehmen ihn. Ist das nicht wahr oder? Ah, ok. Mann. Wir haben auch noch ein bisschen. Scheiße. Gussig herauszuseinander. Aufустить! Hals ist haunted. so und da haben wir noch schön perfekt wir müssen jetzt so sehen wir zurück das sind aber nie wo wir zurückkommen dass wir hier irgendwie hochkommen ich denke mal hier werden wir auch nicht hochkommen gucken wir erstmal ob wir doch hier irgendwie hochkommen na doch jetzt denke ich an Südhaus irgendwie so wo sind wir denn jetzt hier in irgendein blöden Wald hier wir müssen aber irgendwie nach oben kommen jetzt können wir schon mal gehen jetzt müssen wir den Wasser ansprechen dann ist die Kräste erledigt so da sind wir auch schon rum sei Odin mhm 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 so wie kann sie es wagen mir so dreist zu trotzen wir reichen dem Spielchen dieser üblen Zauberin diese Seehexe muss den Preis für ihren Trotz zahlen so in der Manni ich habe euch abschließen diese Quest hier jetzt haben wir die Ine Welten Quest 2 scheiden hier hier diese Quest die können wir noch nicht machen sucht euer Schicksal weil da jetzt erstmal um den Schlachtzug die können wir erst später machen die können wir leider noch nicht machen so haben wir diese Quest 2 wir gucken mal kurz was wir jetzt freischalten haben zur verhärten Insel soll wo jetzt hier irgendwie was sein muss er erstmal gucken hier na eigentlich ist er hier schon wir sehen halt freischalten warte mal warte mal wir sind hier auf jeden Fall fertig war auch eine kurze Quest aber immerhin konnte ich euch noch ein bisschen was zeigen wir sehen uns wieder beim nächsten Mal bis dahin ciao